Hi, hier ist Klaus Kanz, hier ist Angie. Angie Goes Fashion 2020. Tja, nach langer, langer Zeit zeige ich euch mal mein Outfit. Und zwar heute ist Silvester. Und da habe ich so kleine Hörnchen. Wackel, wackel. Und ich habe ein Kleid an, Glitter. Guck mal. Mini, vorne Glitzer, hinten schwarz. Mir gefällt es nicht neu. Habe ich schon ein paar Jährchen. Aber sieht immer noch gut aus. Dazu habe ich eine ganz klassische schwarze Strickjacke. Sieht schon mal gut aus. Aber ich habe noch was gefunden. Richtig old school. Einen Schal aus den 80ern, den habe ich euch schon mal gezeigt. Und den hänge ich einfach so rüber. Dazu klassisch schwarze, blickdichte Strumpfhose und Stiefeletten. Ganz simpel. Ja, sing Halleluja. Kann man ja 2020 wirklich singen. Dann habe ich mal was entdeckt. Ein Ring mit Glitzer. Ewig nicht gesehen, nicht getragen. Aber jetzt. Mir gefällt er. Ja, und wir dürfen ja dieses Jahr nicht büllern. Und da habe ich mir was anderes überlegt. Und vielleicht habt ihr euch das ja auch überlegt. Moment. Jetzt kommt Feuer. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Das machen wir Mama und Papa. So, jetzt kommt nämlich. Eine Wunderkerze. Ja. Das ist sozusagen mein Böller dieses Jahr. Und nochmal, liebe Kinder, nicht in der Wohnung anzünden, so wie ich jetzt hier. Ja. Sondern draußen. Im Garten, vor der Tür oder wo auch immer. Okay. Also alles, was ich anhabe, bis auf das hier, hatte ich schon. Ja. Also nichts Neues gekauft. So. Ich hoffe, dass 2020 ganz schnell vorbeigeht. Gott sei Dank nur noch ein paar Stunden. Und dass 2021 besser wird. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ganz viel Gesundheit vor allen Dingen. Und dass alles besser wird. Ja. Das war Angie und Kaus Kanz und Angie Goes Fashion. Muah. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich wünsche euch ganz viel Glück.